So, da wär ich wieder in der neuen Version 1.5 von Honkai Stubble. Fangen wir wie immer mit den Aufträgen an. Und dann können wir unsere Belohnung abholen. Hm, und gibt's sogar 2. Dann machen wir erstmal unsere täglichen Aufgaben. Ein Relikt soll ich hochstufen. Wie langweilig. 2x Technik. Unterstützungsfigur. 1x Golden. Hier kann man das mit Cestis. 3x. 4x. 4x. 5x. 6x. 5x. 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 6x. 6x. 5x. 6x. 7x. 8x. 8x. 5x. 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 6x. 4x. 5x. 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 6x. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Illusions of the past! Break! War-Cleansing Dragon! Who's next? Rise! And... power! Disappear among a sea of butterflies! Illusions of the past! No! You can forgive me! Break! War-Cleansing Dragon! No! Who's next? Disappear among a sea of butterflies! Illusions of the past! Disappear among a sea of butterflies! No! 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 Who's the police? Who's next? War-Cleansing Dragon! No! No! Disappear among a sea of butterflies! Illusions of the past! I'm going to fight! No! Ha-ha-ha-ha-ha! Price! Who's next? Und... Power! Break! You're a cleansing track. und heute ein übermorgen ein das sind die drei auf verbrauch und die So, eine Fuchs-Spuk-Geschichte. Eingangs-Demonstration haben wir. Geschenk der OTC haben wir abgeholt. Wiederaufgambaren des Chaos. Machen wir mal da weiter. Versammlung im Fuchs-Feen-Garten. Das entschützliche Abenteuer im Fuchs-Feen-Garten ist eine Erfahrung, die du nicht gerne erzählst. Aber du kannst der Hand des Schicksals einfach nicht entfliehen. Dein nächstes Abenteuer beginnt mit deinem blinden Vertrauen in die Nachricht der kleinen Gui, so wie bereits zuvor. Ich bin müde so müde, meine Müdigkeit treibt mich. Noch in den Mara-Befall. Oh, bist du wegen einer Inspektion hier, Doc? Cool. Trink einen Kaffee. Okay, komm, ich mach den Kaffee. Okay, komm, ich mach den Kaffee. Ihr seht alle gleich aus. Für mich. Naja, ihr habt auch alle diese Masken auf und dieselbe Oberweite und denselben breiten Arsch und die Wespentaille. Dort hatte ich meinen ersten Piep. Kuss ist natürlich hier im übertragenen Sinne zu sehen. Oder auch nicht, wer weiß das schon. Kuss ist natürlich der Kaffee. Untertitelung des ZDF, 2020 Unterdrückungsturm Untertitelung des ZDF, 2020 So, wenn ich jetzt noch den rechten anläufe, dann kriege ich den auch noch so, jetzt läuft der in meinem Kreis. Und läuft im Kreis. Und läuft im Kreis. Und läuft im Kreis. Und läuft im Kreis. Die sollten mal zusehen, dass... Es ist nicht immer ganz genau auf Null so ein analoger Joystick. So genau kriegst du die Potis da drin gar nicht eingestellt. Da muss man halt sagen, wenn das sich mehr als 5% oder 10% bewegt hat, in eine Richtung bewegt, dann gilt das erst. Und nicht nur jedes Mikro, aber wie oft habe ich da schon gesagt. Da wird sich wohl nichts mehr reingehen. Was ist passiert? Du bist endlich hier. Without you, unsere Ghost-Hunting-Squad würde nichts sein. Genau. Das hast du doch jeder. Wir sind eine richtige Frown-Party. Frauen-Power. Hört sich gut an. Kann man das irgendwie abkürzen? S-Z-F-K-V-Z-E-H. Ah, das ist noch schon mal. Ist klar. Kann man das nicht abkürzen? Kann man das nicht abkürzen? Aber ich glaube, ich glaube, dass jemand ein Haug ist ein Kompliment. Die 10-Lords-Kommission hat speziell entrustet Judge Huohu mit der Ghost-Hunting-Squad. Das ist so schnell. Schnell kann doch keiner lesen. Die 10-Lords-Kommission hat es nicht abkürzen. Die 10-Lords-Kommission hat es nicht abkürzen. Wow, 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 wow. Das ist gar어, wow, 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 wow. Sie tenden zu roben in densely populated areas in search of hosts. Und, wherever they go, there are bound to be reports of supernatural phenomena. LittleGway, can you show us the website we'll be using for intel? Waaaw! Klinglinglinglingling, hier kommt der Eiermann, lass mich an deine Eier ran! Willkommen auf Lufu Paranormal, der Website für Liebhaber des Paranormalen. Ich habe ein neues Konto erstellt, um Informationen über paranormale Ereignisse von dieser Website zu sammeln. Dieses Konto ist ein persönliches Konto, richtig? Geht das so in Ordnung? Die Zehnfürstenkommission muss im Verborgenen bleiben, aber ich nicht. Mir wurde aufgetragen, um jeden Preis Fans zu sammeln. Klicks, Follower, Fans. Ganz genau! Je mehr Fans wir haben, desto mehr Aufträge erhalten wir, um Geistergeschichten zu überprüfen. Es wurden noch keine Hilfanfragen gepostet. Schauen wir später wieder vorbei. Drücke hier, um die Seite zu schließen. Schauen wir, ich bin ein neues User, also habe ich nur ein paar Follower auf dieser Seite. Aber, based auf die Vergangenheit der Vergangenheit, als du eine Follower hast, die Leute anfangen, mit Storien und Nachrichten über Paranormale. Wir haben unsere Arbeit für uns geschlossen, das ist sicher. Manchmal ist eine Liede sicherlich falsche. Aber in anderen Zeiten ist es schwer zu sagen, von nur ein paar Worte auf der Internet. Nachher, einige Menschen machen alle Art von Nassens, um die Atenung zu erzeugen. Mhm. Also, wir müssen immer auf Tiktok gehen. Mhm. Plus, die Spiritsfehrer von der Tän-Lords-Kommission werden auch ihre eigene Investitionen in secret. Die Spiritsfehrer von der Tän-Lords-Kommission Bistöseh, die einfach geniegend machen! Wir haben nur ein paar Videos von uns in der Tat-Lormale-Kommissionen, oder, also, mit dem Tän-Lords-Kommissionen, Die fragen wir es gar nicht, oder? Nö, nö. Juhu! Das ist unsere Tarnung. Unsere Deckung. Ja, das gibt Klicks. Egal. Das gibt erst recht Klicks. Und wenn's an Follower... Ist doch egal. Ja, klickbait. Ja, klickbait. Ach, vergewaltigen. Mich erschrecken. Hm. Wir werden den gesamten Heliobuy-Hunting-Prozess in die Regulärer-Upload sehen. Die Zuschauer werden sehen, dass es nichts schrecklich ist. Und es gibt kein Publikum-Panit. Warum schaust du mich? Willst du ein Medal oder etwas? Es ist irgendwie so eine gute Idee. Danke, Bestie. Ich fühle mich, dass einige von euch nicht本当 giust getestet sind von der ganzen Online-Ghost-Hunting-Sache. Wie wie so das? Wir schauen uns jetzt auf die Leads, die wir so weit haben haben und wählen einen, den wir als Test-Run zu versuchen. Schau mal. Dieser Post bekommt viele Kommentare. schau mal das gibt ja schnell da ist ein beitrag in dem um hilfe gebeten wird hilfe und fragen erhalten gewöhnlich anhaltspunkte die die dicht zu den geistern führen drücke drauf und schau sie gern fleischige puffer ziegel da ist der user vorsicht in der europa le treibt sich ein geist herum ich möchte hier von einem wahren erlebnis berichten dass ich ereignisse als ich versuchte die ehrenwerte bei nur einzuholen ich blablabla 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 ich folgte eben in den lern gäste und fragte etwas recht was machst du hier sie zeigte auf die gasse und sagte dort seien leute aber da war nichts nur kinderlacher mal nah mal fern wirklich unheimlich dann war die ehrenwerte bei lu plötzlich verschwunden und ich hörte nur noch die zahlreiche bei loos nicht zum versteckspiel aufforderten da bin ich gerannt so was tropfen darunter was läuft denn da immer um den rahmen das macht mich ganz kirre ok habe es kapiert wie du sehen kannst erhältst du nach abschluss einen auftrag fans und belohnung ach so geht das also nicht rumtröneln gehe und nimm den ermittlungsauftrag an aber natürlich dann wollen wir mal mit unserem endlocken beginnen und los das ist nichts neu sie schießt auf all the time das ist nicht der punkt hier leid das part eine der healer von der alchemy-kommission hatte Lady Bailu cornered aber dann hat sie in der tiefen Luft her judging from the comments there were several witnesses sure lady bailu runs away all the time but disappearing into thin air hmm it looks like the work of the heliobus the heliobis are masters of manipulating the senses there are stories of heliobis changing their shape and appearance to disguise themselves as someone else Okay, so what are we waiting for? Let's get moving and see if we can find some witnesses. Before we head out, let's make sure we have our intel in order. If we can better understand what a Heliobus wants to do, and what it's capable of doing, it'll be easier for us to help the victim. Interviewing witnesses might give us some clues, but they won't know anything about Heliobuy. I, uh, I think I have an idea. We have another source of intel we could use. That's right! Those Heliobuy were locked up in the same space for ages! They probably got to know their fellow prisoners like the back of their, uh... I guess they don't really have hands. The thought of seeing Cirrus sends shivers down my spine. But, uh, I bet Cirrus would be eager to see me again. They'd devour me whole if they could. I think Tail made a fool of Cirrus, and Cirrus has held a grudge ever since. If we can get them worked up over it, we might be able to use them to our advantage! After that, we've got to go away. I might be able to escape them from the back of school. They're hard, slow, slow, slow and slow. I'm ready to go up to the Sch qualidade. But until then, we're working hard again. So, you can get them all together. You're not going to use a hurry, but I'll do it for them. It's a good job. I'm ready to go up to the place. Frau Traillblazer, es ist gut zu sehen, dass du gut bist. Während der Fickstrell-Garden-Incidenten, meine Schöne hat die Verwärter für die Verwärter. Es war dankbar für deine Unterstützung in diesem kritischen Moment, dass wir die Situation unter Kontrollen konnten. Ich wollte dich bedanken. Vielen Dank. Und jetzt diese kleine Team braucht auch deine Hilfe. Ich schaffe mich für später. Wie gesagt wird, mit großem Arbeit kommen großartige Rewards. Die 10-Lords-Kommission wird dich entsprechend compensatieren. Ich habe manchmal gefragt, was die Luofu geben sollte die Namelassen in der Rückwärter für ihre großartige Verwärter. Alas, diese Fragen sind über meine Pay-Grade. Wir werden die für die Vorbere raten an desen �iem. Ich habe nur eine gute Zeit. Deine Zeit sind ein wichtig. Ich habe echt geschrien. Ich habe die Förderer. Wir brauchen eine Böden, die du nicht mehr für die Bericht bäden.